Wow, wow, wow. Tada! Das ist für mich, das ist für dich. Bitte. So, so und fertig. Was habe ich wieder falsch gemacht? Ich habe doch an den Hochzeitstag gedacht. Na toll, der Weltverband der Ehemänner sollte dir einen Orden verleihen. Ich habe dich zum Essen ausgeführt. Ja, für das du mit Gutscheinen bezahlt hast. Hätte ich sie verfallen lassen sollen? Um Gottes Willen, du sparst ja an allem. Wieso solltest du nicht bei deiner Frau sparen? Wozu das Restaurant, etwas Kochbeutelreis aus dem Laden neben deinem Büro, hätte vollkommen gereicht. Du weißt doch, die Monatsabschlüsse stehen an. Hätte mich auch gewundert, wenn deine Ex dir heute mal freigegeben hätte. Hör auf, da war nichts und es ist lange vorbei. Sie ist meine Chefin, Dagmara ist meine Chefin. Ich habe sogar ein Geschenk für dich, siehst du? Ja, ein Bügeleisen.